hallo und schönen guten morgen ich habe mal wieder langeweile gehabt und da habe ich mal ein bisschen bei meinen messern gestöbert und da ist mir dieses böcker in die hand gefallen ein unbenutztes modell das ist glaube ich dass exalibur 2 dieser kleine niedliche stachel aus der bürger plus reihe die 2 stahl max gellern design schöner kleiner niedlicher stachel hatten leider lockt quatschen framework und ich benutze das teil nicht weil es mir einfach zu klein ist und habe ich mir gedacht ich verlos das ding mal unter meinen abonnenten und ich hoffe ich kann damit jemand eine freude machen was müsste dafür tun an sich gar nichts außer kurz unter diesem video kommentieren und dann werde ich unter den kommentatoren eben dieses messer verlosen ich werde das video mal acht tage laufen lassen und dann wird die verlosung stattfinden ja leute wer das ding also haben will einfach unter dem video drunter schreiben oder ein kommentar drunter machen und dann geht das an den gewinner raus was haben wir noch dabei da ist noch alles dabei auch ein kleines tool zum lösen der griffschalen oder einstellen der der achsschraube hier ist auch so ein silikat dabei damit da nichts passiert das exalibur 2 aus der bürger plus reihe max gellern design schöner kleiner stachel mir etwas zu klein dann mal fleißig kommentiert bis dann gleich noch dass drunter tschüss